Das Kulturhistorische Museum hat ein Emalie-Kunstwerk des Künstlers Moritz Götze erworben. Dies mit großzügiger Unterstützung des Magdeburger Museumsvereins. Ein Gesamtwerk, das aus mehreren Einzelteilen besteht. Jeder Part spiegelt jeweils Stationen und Etappen aus dem Leben Ottos des Großen wider. Neben der heiligen Lanze, seinen beiden Frauen Editha und Adelheid sowie seiner Stieftochter Theophano zeigt es auch Orte. Orte, welche sich am Netzwerkprojekt des Kaisers Letzte Reise im kommenden Jahr beteiligen. Anlass des Projektes ist der 1050. Todestag Ottos des Großen am 7. Mai 2023. Geplant sind Ausstellungen und Veranstaltungen in Magdeburg, Memleben, Merseburg und Quedlinburg. Das Zentrum für Mittelalterausstellung e.V. koordiniert das Projekt. Das Kulturhistorische Museum Magdeburg präsentiert eine Sonderausstellung unter dem Titel »Welche Taten werden Bilder?« Otto der Große in der Erinnerung späterer Zeiten. Dabei steht von Gemälden über Skulpturen bis hin zu kunsthandwerklichen Objekten das Nachleben Kaiser Ottos im Fokus. In Verbindung mit dem 30. Jubiläum der Straße der Romanik stehen 2023 damit zentrale Orte des Lebens und Wirkens Kaiser Ottos in Sachsen-Anhalt im Mittelpunkt.